Am 10. April 2014 kommt die Bestseller-Verfilmung, die Bestimmung Divergent in die deutschen Kinos. Das ist mal wieder so eine Jugendbuch-Verfilmung. Wir haben heute schon mal den ersten deutschen Trailer für euch. Und ja, in der Welt von Divergent, da geht es ja darum, dass die Welt quasi in fünf Fraktionen aufgeteilt ist. Mit 16 muss sich jeder entschließen, in welche Fraktion er denn jetzt gehört. Und dazu gibt es einen Test, den macht auch die junge Beatrice. Aber der Test, der ist bei ihr überraschend. Sie ist quasi multitalentiert. Der Test kann nicht genau sagen, welches Talent in ihr am ausgeprägtesten ist. Sie ist deswegen eine unbestimmte. Sie nimmt dann all ihren Mut zusammen und schließt sich den wagemutigen Farox an. Das sind die Leute, die am spontansten und am mutigsten agieren in dieser Welt. Und ich habe mir gedacht, wenn die das kann, wenn Beatrice das kann, dann kann ich das vielleicht auch. Das heißt, ich werde mich auch meiner größten Angst heute stellen. Ich werde all meinen Mut zusammennehmen. Okay, Leute, ich bin bereit. Hallo? Ich habe Höhenangst? Okay, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Trailer für Die Bestimmung Divergent. Bist du aufgeregt? Warst du es? Vor deinem Test? Nein, ich hatte Todesangst. Unsere Gesellschaft kann nur dann überleben, wenn jeder seinen rechtmäßigen Platz einnimmt. Sie werden heute an einem Test teilnehmen, der Ihnen helfen wird, zu erkennen, wer Sie wirklich sind. Und die Zukunft gehört denen, die wissen, wo Sie hingehören. Bist du bereit? Das ist alles nicht real. Deine Ergebnisse waren nicht eindeutig. Das sollte mir doch sagen, was ich tun soll. Der Test sollte mir doch helfen. Der Test hat bei dir nicht funktioniert. Du bist eine Unbestimmte. Du darfst nie zulassen, dass sie das erfahren. Sie beobachten alles. Du musst dich dort verstecken, wo sie dich niemals vermuten haben. Willkommen bei den Ferons. Unser Training hat zwei Stufen. Die erste zielt auf den Körper und wirklich an die Grenze eurer Belastbarkeit. So wirst du niemals gewinnen. Gut zu wissen. Halt hier mir die Spannung, okay? Die zweite auf den Geist. Stell dich deinen schlimmsten Ängsten und überwinde sie. Es war ein Fehler, sich für die Verhoxt zu entscheiden. Sie werden es rausfinden. Ich weiß, was du bist. Es ist lange her, dass ich jemandem vertrauen konnte. Ich will nicht bloß eines sein. Ich will mutig, selbstlos, klug, freundlich und ehrlich sein. Wenn du überleben willst, dann folge mir. Unbestimmte bedrohen das System. Es ist erst wieder sicher, wenn sie entfernt wurden. Wir müssen uns zur Wehr setzen. Ich bin bereit. Wir müssen uns zur Wehr setzen.